Hey du! Schön, dass du da bist. Mein Name ist Chris. Wir spielen Hogwarts und machen wieder mal ein paar Ballungen kaputt. Zu allem begegnen wir uns dorthin. Ich überlege gerade, sind das solche Blasen wie wir beim Rennen benötigt haben? Müssen wir die alle mit einmal? Okay. So. Ein Stückchen nach unten. Einmal rumgedreht. Und... Sehr gut. Oh, wir fliegen gleich mal hin. Wir gehen automatisch nach unten. Waren wir hier schon einmal? Oh, Bösewichter. Versuch'n's mal. Wir nehmen... Ich meine, hier waren wir schon mal. Doch, da ist ein Häkchen dran. Wir machen es mal noch. Da hat er uns aber erwischt. Ich will befreien. Hast dich ja bisher ganz gut geschlagen. Hab ich ja vor, zurück zu schlafen? Boah! Boah! Oh nein! Wie gemein! Wie gemein! Und das ist doch, dass wir das jetzt für den verwenden, weil der schon ziemlich kaputt war. Boah! Ach! Und dann geht das noch nicht so. sehr gut wird schon besser Level 20 ist ja doch sehr gut, dass wir das haben, sonst hätten wir nicht allzu viele Chancen Grundsätzlich suchen wir ein bisschen Geld und das ist nicht so erfolgsversprechend wie ich es gerne gehabt hätte Kriegen wir denn? Kleiner Nachtrag wir schleichen uns einmal an irgendjemanden heran ich dachte wir können gerade den Ampus auf ihn schmeißen so funktioniert das hat vorher nie so gut funktioniert ich habe das komplett nicht mitbekommen als wir bei den der letzten Mission waren, Hauptmission aber so funktioniert das warum? ok da war es noch ein näher oder ein nee ne doch ein näher das war dann ungünstigerweise nicht mit abgewürdet, dass wir da x drücken müssen aber schön, dass es funktioniert hat mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin und? so, da können wir runter, wollen wir nicht und hier funktioniert gerade auch nicht funktioniert gerade auch nicht nun gut, dann mhm oh, was bist du? kaputt machen mhm gibt es noch mehr davon? ich sehe die nur gerade nicht ah, da muss noch mehr und da reichen drei wir gehen eins die Treppen hoch vielleicht sind es noch mehr? da wäre Merlin persönlich stolz ah das war sehr gut wir fliegen weiter und begeben uns mal zur Mission ich hoffe, dass ich dann hier Ballons sehe ich dachte, das ist so ein Feld, wo wir landen können besser aus wir gehen weiter oder fliegen weiter in dem Fall hier ist noch so ein Merlins Teil ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe so, wir ich weiß gar nicht irgendwann waren es mal ein paar ich meine drei ich weiß gar nicht, wie viele Sets sind wir finden es raus wir möchten gerne das hier ah es sind auch dann mindestens drei müssen wir ins Wasser oder reicht das? ne doch ins Wasser da vorne kommen wir raus da vorne kommen wir raus hier nicht da einer Ah, da unten da. Sehr gut, da sind es noch zwei und dann kriegen wir dann die nächste Slot für unseren Inventar. Das sollen wir gerne ein und dann springen wir wieder auf unseren Besen. Den finden wir hier und da sind auch dann schon die Ballons zu sehen. Nein, eins vergessen. Solange das funktioniert, dann reicht das auch aus. Machen wir später irgendwann mal. Wir lernen erst schon was Neues und wir fliegen gleich mal hin. Jetzt sind wir schon ein ganzes Stückchen langsamer, wenn der Boost aus ist, aufgebraucht ist. Ich überlege gerade, ob wir hier vielleicht noch irgendwo eine Mehrlingsprüfung finden. Hätten wir gleich noch machen können. Sieht aber nicht so aus. Das ist ein ganzes Stückchen. Gleich geschafft. Da können wir nicht landen. Wir versuchen es noch einmal hier auf der Wiese. Dort sollte es funktionieren. Willkommen zurück. Sind die Aufgaben erledigt? Mhm. Da bin ich wieder, Professor. Alles erledigt. Gut gemacht. Das Zeug von Disziplin. Weisheit ist ein goldener Schnatz, heißt es. Was das betrifft, haben Sie sich als fähige Sucherin erwiesen. Üben wir uns in Arresto Momentum. Dieser Zauberspruch verhindert übrigens, dass Quaffle während einer Quidditch-Partie direkt zu Boden stürzen. Präzise bewusste Bewegungen. Okay. Konzentration. Und. Los. Reinhalt. Oh. Sehr gut. Sie sollten den neuen Zauberspruch so optimieren. Vielleicht noch bevor Sie gehen. Aktion. Ganz nervöser. So. Wir möchten diesen. Packen wir mal da hin. Okay. Und? Passt. Die Nacht. Schon sehr bald beherrscht. Passt. Momento. Sehr schön. An dieser Stelle. Vielen lieben Dank für die, deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du mit dabei warst. Gerne bis zum nächsten Mal. Bye.